So, und wir gehen in diese Richtung. So, um uns hier die Kiste. Ja, natürlich weiß ich das. Dann wollen Sie wissen, was er machen wird. Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Arschloch. So, und das ist ein Wetterausfall. Was geht denn da ab? Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier und schmeißen es raus. Ja, genau. Drücken wir wieder die falschen Taschen und nehmen die Upgrade-Platine mit. So, was kann ich hier machen? Jo, und was bringt das? Das ist vielleicht irgendwo einsetzen. Hm, ich nehme es mal mit. Keine Ahnung. Aufsehen, was bringt. Komm, warte mal, ich habe noch einen Lager. So, setzen wir das hin. Sack. So, nimm das Teil wieder mit. Ich weiß nicht, was ich bitte machen muss. Vielleicht da rein. Ah, okay. War doch sogar richtig. Ah, da hinten ist für ein komisches Viech. Das sind zwei Viecher. Das sind drei Viecher. Okay. Na, super. Oh je, Dynamit. Schon nicht gut. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Wenn ihr euch die Viecher da mal anschaut, sehen die schon ein bisschen groß aus. So, da hinten haben wir wieder was zum Sprengen. Was verfehlt? Da ist er, da ist er. 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 Was verfehlt? Ist schon gut, dass er auch verfehlt hat. Zack. In die Matschbirne. Jetzt matschisch. Haha. Okay. Hier unten haben wir nichts versteckt. So, nur zwei. Hallo. Ah, hallo. Ah, toll. So, hier haben wir wieder das Ding. Wollen wir das aber holen? Was hier? Ah, das ist ja Cover. Okay. Hallo. Wir geben halt ein Guts hin. So, und wieder ein Artefakt entdeckt. So, und jetzt holen wir uns das Teil raus. So, und packen das hier rein. So, ah, come on. Das kann ich doch da auch reinschießen. Na ja, weiter offline spielen. Hallo? Okay. Das kann ich ja nicht reinschießen. So, mit drüben haben wir nochmal was. Und dann müssen wir uns nochmal eins holen. Meine Nase lauft gerade. Warten Sie, ich habe einen Plan. Ja, ich bin gleich bei dir. So, zack. Schießen wir das mal hin. Gehen es ein bisschen schneller. Das Schuss, dass es runterfliegt. Oh, alter. Wer vorhört? Ja, nein. Freisex. Schaff sie. Wessen Scheißplan war das eigentlich? Geben sie mir. Scheiße, sind sie schwer. Freisex, die Rutschnappen. Freisex. Nein. Nein. Da war der Kettcher. Hände sie. Karbo. Hier drüben. Wo denn? Oh, scheiße. Wir treffen uns an der Maschine. Okay. Wollte so sagen, wenn wir jetzt noch den Karbo verlieren, ist er ziemlich schiebt. Wie sieht es hier aus? Oh je. Sind die gestorben? Ja, die komischen Skelette von den Viechern rumliegen. Oh, hallo. Hey, ganz ruhig, Kollege. Kann ich ruhig da hinschießen was bei dem Viech? Ja, genau. Alles klar. Ha. Super. Wir explodieren halt. Schön. Kriege ich das Viech im Raum kaputt? Meine nächste Frage. Muss ich da weiter durchrennen? Ne, der ist verriegelt. So, ah. Hier bruchten wir gerade. Ah, super. Wow. Okay. Alter, da sind richtig viele Sachen rausgeflogen gerade. Sehr nice. So, hier haben wir, ah, okay, Kurzschluss. So, hier lag noch irgendwas. So, laden wir hier noch nach. Und hier oben. Ah, die wirkt ja auch toll da. So, was war das gerade von Geräusch? Okay, was kann man hier machen? Ah, toll. Das habe ich nicht so schnell aufgepasst. So, zack, zack, zack. So, müsste es auch passen. Okay. Sollen wir es wegen und aufmachen, ne? So, das öffnet sich auch mal geil. Oh, zurückkommen wir so wieder, indem wir das drücken. So, guck mal. Hat sich da gerade was bewegt? Ich habe gerade gemeint, da war irgendwas. Hallo. Oh, keine Munition mehr. Hallo, jetzt machen wir mal halblang. So, warte, können wir das hier verwenden. Ah, ich drücke immer falsch, echt, ey. Oh, schön mit DSC raus wollen. Wow, cool. Yay. Okay, und was bringt es mir? Irgendwann nach oben. Oh, oben. Hallo? Oh, ja. Alter, ich kann es gerade von überall kommen. Von oben. Alter, ich sehe es nicht. Ach, da. So, warte. Ja, komm, komm, komm. Zack. Alter, komm, Mann. Zwei Schüsse. Drei Schüsse. Dein Ernst? Okay. So, und wo kann ich hin? Ich sehe da irgendwie gar nichts. Hier irgendwo hin? Nee, hier kann ich auch nicht. Hier komme ich nirgends durch. Ich glaube sowieso, dass ich hier, glaube ich, falsch bin. Das ist doch gar nichts. Nein, woher wieder? So, dann landen wir mal kurz. Ich sehe nur das hier oben. So, ein Provisionsklip. Und hier nochmal einer. So, und das war es, glaube ich. Okay. Und woher kommen die... Oha, von hinten irgendwo. Vielleicht ist das irgendwie auch wieder ausschalten. Die können ja sowieso rumfliegen. Die Viecher oder halt an der Wand rumkrabbeln. So, komm, nochmal. So, einen haben wir schon. Na, komm mal. Nochmal einen. Ja, hallo. Jetzt aber. Och, Alter, was fliegt da weg? Oh, Medi-Pack. Sehr schön. So, kann ich das doch irgendwie anhalten? Nö. Okay, es bleibt halt immer so an. Ach nee, jetzt kann ich hier gar nicht mehr raus. So geht's hier wohl doch weiter. Ja, okay. Fliegen wir mal nach oben. Wir haben vorhin die Orientierung verloren. Jo. Eine Platine. Toll, wieder ein Inventar voll. Schauen wir nochmal rein. Mindestens kann es... Oh, kann es sogar. So, dann nehmen wir das mit. Hier war ich doch schon. Ach, hier geht's noch weiter. Alter, ist das ein von komischer Weg. So, jetzt kommen hier wieder ein paar Feakers. So, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ich bin mal am liebsten. Oh, oh, hallo. Haben wir sogar in ein Bett geschossen, obwohl der eingezogen war. Das war nochmal geil. Oh, jetzt haben wir noch ein Munition voll. Ich kann aber nichts. Jawohl, ich hatte die Frage, ob wir wirklich ein Medikit-Opferen oder eher das Stasi-Pack. Come on. Eher das da weg. Und wieder falsche Taschen drücken. Ich lerne es, ich glaube, bis zum Ende des Let's Place nie. Okay. So. Wir brauchen das da. Das da. Und das da. Ach, das ist, ich glaube, immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche Zeichen öffnen. Okay. Okay. Willst du damit es mal merken, ne? Oh, okay. Okay.